Emil Choran Einsamkeit Was zwischen Menschen an Gutem oder Bösem geschieht, lässt sich darauf zurückführen, die Angst vor Einsamkeit. Daraus gehen hervor Liebe und Verbrechen, Gott und Teufel, Institutionen und Anarchie. Keiner von uns erträgt den anderen bis ans Ende. Das Denken müssen wir entzwei, unsere Gefühlsregungen miteinander teilen, die Schauder ausdrücken. Wir lieben aus dem Bedürfnis, dass jemand uns bis ans Ende kenne, aus dem Verlangen der eigenen Innerlichkeit zu entkommen, aus Angst, dass ohne irgendjemanden der Gedanke lotrecht zum Himmel aufsteigen und ohne Wiederhall abstürzen würde. Eine Trauergemeinschaft scheint uns angesichts der Wüste des Herzens ein Jubelgesang zu sein. In den Augen der Frau lesen wir Fragen und Antworten, als würden wir aus dem Zwiegespräch oder für das Zwiegespräch geboren. So beginnen wir unser Dasein. Wir fragen unsere Eltern. Was könnten sie antworten? Dann die Nachbarn und die Freunde und sie ebenso. Die geliebten Frauen. Sie versuchen es. Und in der Liebe haben wir wenigstens die Illusion der Antwort. Wenn die Frau uns alles sagen könnte, was in unserer Erwartung zittert, würden wir uns in der Liebe vollenden und mit ihr unseren unsicheren Gang abschließen. Doch so schreiten wir weiter auf unserem Pfad. Du fragst Gott. Warum sollte er uns nicht auf ewig retten? Er schweigt. Er schweigt so sehr. Die Weiten geben dem Menschen keine Antwort, sondern dehnen lediglich die Lautstärke seines Seufzens aus. Denn im Raum koexistieren nicht die Objekte, sondern die Schluchzer. In dessen Unermesslichkeit flieht der Mensch vor sich selbst erschrocken auf der Suche nach Nachbarn des Grauens. Jeder Einzelne ist ein Gefährte der Untröstlichkeit. Wenn wir jemandem die Hand geben, legen wir einen Teil der Last unserer Sorge da rein. Und wir drücken sie ihm nicht aus Freude, aus reiner Freude, sondern wegen der Komplizenschaft zweier Einsamkeiten. Und wenn wir jemandem zulächeln, erholen wir uns von der eigenen Abgeschiedenheit, erleichtern unser So-Sein durch ein Ausströmen, das sich auf dasselbe Schicksal zubewegt. So stark ist die Einsamkeit an unsere Gegenwart gebunden, dass dort in den seltenen Begegnungen, in der Vorahnung der absoluten Liebe, die Lebewesen sich in Todesverlangen aufheben. Das Geschöpf kann nur unter dem Fluch leben, unter dem Fluch niemals jemandem ganz begegnen zu können. Wenn die Ausnahme eintritt, schlägt Gelingen in Scheitern um. Die Liebe hebt im Leben die Individuation nicht auf. Die Liebe bleibt das ernsteste Fragezeichen. Und die Liebenden bleiben Opfer der Unmöglichkeit. Sie büßen das Wagnis, den ursprünglichen Fluch der Kreatur getötet zu haben. Liebt man mit schrankenloser Leidenschaft, setzt man das Leben aufs Spiel, bezwingt die Begrenzung des Einzelnen. Doch die Natur will nur Einzelne, eine Schar Einsamer, die sie für einen Augenblick zusammenführt, um sie zu trennen. Auf unserer Stirn steht Einsamkeit geschrieben, und mit nichts in der Welt werden wir sie auslöschen, ohne uns preiszugeben. Wir sind als Schweifende geschaffen, und die Gesetze des Weltalls werden dafür sorgen, dass sich nicht der eine aus dem anderen ein Obdach macht. Die Enterbung des Menschen ist die Identität mit sich selbst, und der Sinn der Vertreibung aus dem Paradies ist sein Sturz in sich selbst. Der Mensch hat sich allein entdeckt. Doch er ist nicht allein aufgrund der Strafe, sondern sofern er ist. Denn die Einsamkeit ist der hauptsächliche Sinn des Seienden, und weil es allein ist, ist das Seiende Fluch. Im Paradies waren wir nicht, deshalb begegneten wir uns alle so leicht, deshalb waren wir alle.